Drei Prominente über Heimat, Flucht, Fremdsein. Das Thema in diesem Jahr auch bei unseren Interviews. Zum Beispiel Königin Silvia von Schweden, die gleich Dreiländer Heimat nennt. Oder Conchita Wurst, die Sängerin erlebte Ausgrenzung und Fremdsein. Und Armin Müller-Stahl, der Schauspieler, überlebte den Krieg und musste zweimal fliehen. Es ist eine Wiederholung der Geschichte. Das haben wir auch schon mal erlebt. Es ist das Gefühl, den Krieg, den wir 70 Jahre in Deutschland nicht gehabt haben, dass der am Horizont wieder seine Fratze zeigt und dass er wieder möglich wird. Armin Müller-Stahl ist ein Flüchtlingskind aus Ostpreußen. Mit 14 flieht er mit Mutter und Geschwistern vor dem Krieg. Der Vater ist tot. Das Leid der Flüchtlinge in diesen Tagen, es erinnert ihn ans eigene Schicksal. Es gibt nichts Schlimmeres als den Krieg. Das Schlimmste, was Menschen anderen Menschen antun können. Und das sind Bilder, die hochkommen, die ich erleben musste. Den Krieg hat sie nicht erlebt, Königin Silvia von Schweden. Aber das Leid der Kinder in dieser Welt, das hat sie gesehen. Zum Beispiel in den Elendsvierteln von Rio de Janeiro. Da war ein kleiner Junge in Brasilien, der mir seinen Pappkarton zeigte. Und dann sagte er, Herr Mircaza, das ist also mein Heim. Und war stolz darüber, über seinen Pappkarton, in dem er also wohnte. Ein Schlüsselerlebnis, wie sie sagt, das sie bewegt zu helfen, etwas von ihrem eigenen Glück zurückzugeben. In diesem Jahr kam die dreifache Großmutter nach Deutschland, um auf das Schicksal junger Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Laut einer Studie leidet jedes dritte Flüchtlingskind unter massiven psychischen Störungen. Und das sind dann Kinder, die also traumatisiert sind, die also bei der Flucht Schreckliches erlebt haben. Sie haben nicht nur ihre Heimatstadt verlassen, ihre Freunde. Vielleicht auch, dass die Eltern gestorben sind. Viele sind also elternlos dann über die Grenze dann gekommen und haben also wirklich Schreckliches erlebt. Fremdsein, Ausgrenzung, Ablehnung kann man auch im eigenen Land erleben, sagt Conchita Wurst, schillernde Popkünstlerin aus Österreich. Und immer wieder die Fragen nach ihrer sexuellen Identität. Auf der Bühne bin ich eine Frau, im wahren Leben bin ich ein Mann und eigentlich ist es vollkommen egal. Egal war es dem kleinen Thomas Neuwirth, wie Conchita richtig heißt, lange nicht. Österreichische Provinz, die Eltern katholische Wirtsleute. Das Kind fühlt sich fremd im eigenen Körper, trägt am liebsten Frauenkleider, wird gehänselt, ausgegrenzt, weil es anders ist. Als der junge Sänger zu einer Castingshow eingeladen wird, ein schrecklicher Zwiespalt. Ich habe mir gedacht, sage ich jetzt, wie es ist, dann wissen es meine Eltern auch. Oder lüge ich weiter, nur damit meine Eltern mit der Vorstellung leben, dass ihr Kind ja doch nicht schwul ist. Längst hat die Familie sie akzeptiert, wie sie ist. Kein Gefühl des Fremdseins mehr. Und wo Familie ist, ist Heimat und Geborgenheit, sagt Armin Müller-Stahl. Vor 30 Jahren musste der Schauspieler zum zweiten Mal fliehen, aus der DDR in den Westen. Lebt jetzt in Amerika und an der Ostsee. Heimat ist die Familie, ist die Sprache. Es ist wirklich ein Gefühl. Und das ist geblieben. Ich fühle mich in Amerika auch irgendwo mit meiner Familie. Zu Hause. Königin Silvia ist geboren in Deutschland, aufgewachsen in Brasilien und nun seit 40 Jahren in Stockholm. Wo ist ihr Zuhause? Ich habe drei Heimaten, kann man sagen. Brasilien, Deutschland und Schweden. Alle drei haben mir so viel gegeben. Und ich fühle mich bei allen drei zu Hause. Zu Hause, Heimat, Geborgenheit, Familie. Gerade in unruhigen Zeiten ist die Sehnsucht danach besonders groß. Bis zum nächsten Mal. Das an dem Start.